Ja, hallo zusammen, willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Und zwar geht es eigentlich nur darum, einfach ganz kurz gesagt, ich bin, also ich, meine Frau und ich, wir sind für drei Tage im Urlaub. Ja, das braucht man einfach mal, ne? Also Abwechslung vom Arbeitsalltag und auch mal Pause von Let's Plays so ein bisschen. Ne, wobei es mir eigentlich Spaß macht, also das ist krass. Aber ja, das hat nicht unbedingt was mit den Let's Plays zu tun, aber mit dem Arbeitsalltag, dass ich jetzt erst mal für drei Tage weg bin und dementsprechend wird am Donnerstag kein Video kommen, so wie ihr es gewohnt seid. Äh, ja, genau, wir sind in Heidelberg, gucken uns das mal ein bisschen an für drei Tage. Und, ja, das wäre es auch schon von meiner Info gewesen. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Let's Play Projekt wieder, hier kommen wir an den Konker oder so, ne? Und, äh, wer trotzdem sich was von mir angucken möchte, der kann ja noch die alten Projekte angucken, ne? Tengshu, Akuchi und so, alles da noch. Ja, James Bond. Und, ja, genau, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.